Los geht's. Mein Name ist Stefan Oczowiczki, Regisseur und Drehbuchautor. Ich bin vielleicht nicht der größte Bud Spencer Film, allerdings bin ich ein großer Fan davon, dass es mal eine Zeit gab, wo es einen funktionierenden europäischen Mainstream gab. Und da waren Bud Spencer und Terrence Hill Protagonisten oder gehörten zu den erfolgreichsten. Insofern, be but of it.